Hallo meine Freunde Zauk hier mit einem, kann man das Infovideo nennen, Infovideoanfrage, was weiß ich für ein Video. Ich habe eine Frage an meine lieben Abonnenten, es sind ja in letzter Zeit wieder ein paar mehr dazugekommen, seitdem ich die Naslog Challenge gestrattert habe, das ist mir sehr stark aufgefallen. Und ich hätte da eine Frage an meine Abonnenten, nämlich was für Spiele würdet ihr gerne in Zukunft von mir sehen? Sowas ähnliches wie die Pokémon Naslog Challenge, die aktuell läuft von Pokémon Colosseum. Oder vielleicht irgendwelche Spiele, die euch am Herzen liegen, die ihr vielleicht meint, dass sie mir und euch gefallen könnten, sagen wir es mal so. Also, dass sie euch hauptsächlich gefallen und mir Spaß machen zu spielen. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Ihr müsst natürlich wissen, was ich denn aktuell so konsolentechnisch hätte. Ja, also Nintendo habe ich sämtliche Konsolen, also NES, Super Nintendo, N64, Gamecube, Wii und Wii U. Ebenso wie halt Gameboys und alles mögliche andere, was da an Handhelds da ist, bis zum 3DS. Könnte ich alles spielen, halt bis auf den 3DS, der lässt sich weder emulieren, noch kann ich den Capture. Und ich habe eine Playstation 1 bis 3, also Playstation 1, 2 und 3 habe ich. Da gingen auch Spiele und ich habe natürlich einen sehr guten, also, ja doch, es ist noch ein sehr guter PC. Ich kann eigentlich sämtliche Spiele zocken, wenn auch manche nicht auf dem Maximal auflösen, was allerdings kein Problem ist eigentlich. Ja, das war es eigentlich schon soweit. Ich möchte das Ganze auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hättet ein paar Vorschläge für mich. Ich wäre dafür sehr dankbar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschau, Leute.